was heißt weil alter das ist verfolgt das überhaupt noch wirklich nicht also wenn überfliegt ein bisschen was wenn irgendwas hochkocht aber so richtig dass du jetzt denkst keine ahnung ich habe ich habe kein match gesehen mit my die mode ist das einzige was ich das war das finale aber zum beispiel jetzt zum beispiel übrigens in meinen augen bist du der aktuelle bmcl champion auch wenn es das gibt kein bmcl mehr aber das ist ja sozusagen ja eigentlich müsstest du die kette tragen er wollte mir geben im zuge dieser sklaven story auf jeden fall kennst das beispiel kennst du mich es zum beispiel sagte das was okay krasse lässt es ja also so mit dem rapper battle rapper mittlerweile einer der einer der höchst gehandelten so war noch nicht auf der großen bühne aber bei dilltly auf jeden fall gut leute weg gemacht hat es gegen bontelli auch ein krasses match also du verfolgst dieses aktuell gar nicht nehmen ich bin ich bin gerade da so voll raus ich konzentriere mich auf ganz andere sachen gerade okay also ich habe ja auch du meintest ja auch zu mir irgendwie ich bin jetzt wohl so der most hated person also nicht mvp player sondern most hated person mhp ja das heißt so wahrscheinlich würde ich mir das reinziehen dann müsste ich halt irgendeinen schwachsinn über mich hören und irgendwelche stories irgendwelche sachen die da verbreitet werden also ab also nicht das halt erstmal sache so warum sollte ich mir so ein blödsinn geben und auf der anderen seite ja guck mal das ding ist ich finde diese kultur hat halt eben hat leider den also den den kurs verloren ja den es hätte aber kannst du beurteilen wenn du die ganz aktuelle szenen gar nicht kennst naja also was heißt kann ich kann ich das beurteilen zumindest zu der zeit und ich habe jetzt intern innerhalb der szenen sonst wäre ich ja nicht der most hated person wenn ich dem most hated person bin dann bedeutet das das was ich dieser szene vorwerfe das was ich ans spiegel vorhalte ist ja einfach nur nicht da ist ja noch keine reflektionsbereitschaft da und das war so schwer wie das einfach dass einfach leute bock haben dann noch mal gegen zu schießen ja aber so oder so haben wir ja dann eigentlich nicht wirklich kein progress in bezug darauf sich mit dem problem auseinanderzusetzen weißt du so und es geht ja nicht nur in diese richtung guck mal es gibt auch in der rapszene wirklich auch rassismus gegenüber schwarzen weißt du was ich meine ist ich meine jetzt auch wirklich nicht nur hier gerappt sondern halt außerhalb so und es gibt halt auch es gibt halt auch rassismus gegenüber deutschen in der rapszene weißt du so in dem und da wird halt auch irgendwie so getan als würde es nicht geben weißt du so und das finde ich genauso falsch aber 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 keiner macht so ein fass auf keiner macht so ein fass auf ja aber das liegt ja daran dass die leute irgendwie keine ahnung sich damit arrangieren können irgendwie gebückt und geduckt rumzulaufen ist einfach so ein grund rassismus gibt der einfach so okay solange das der wenn ich überstiegen wird so hat er ist halt leider irgendwie bei dem thema ja nicht der fall weil was für ein level nicht überstiegen wir haben jetzt gerade lange genug darüber geredet womit ich da die ganze zeit konfrontiert gewesen bin weißt du so und wer mein buch liest wird noch viel viel mehr du hast ja gerade vorhin noch gesagt jetzt verstehst du das viel viel mehr ja das ist seit meiner kindheit gibt es diese sachen und dann halt auch noch sage ich immer in der kultur die der die der safe space war sein sollte sein war für mich kurzzeitig von sag ich mal 97 bis vielleicht 2001 und das ist halt meine ja aber würdest du nicht sagen die anfangs heute bei mittwochzeit war auch noch dazu so lange ist drei jahre aber du hast doch gelesen dicker du hast doch gelesen ich habe doch schon gesagt nach der nach der dritten veranstaltung mädel bei mir mit david stern kettchen ja gleich auseinandersetzung ja verstehst du es ist es ist es war nie frei davon war nie frei aber es ist nie frei von es ist nie komplett frei von 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 irgendwas was ja okay aber dann sollte man wenigstens darüber reden und nicht so tun als würde es das nicht existieren das ist doch der punkt ja das ist der punkt es existiert leider eben nicht die bereitschaft das zu reflektieren dann würde ich sagen hey progress alter geil man weiß aber du reflektierst ja nicht nur du gehst ja wirklich also du quasi wenn man so metaphorisch sagen würde ist dicker du keine ahnung kristen ball an kopf und machst eine fackel an und läuft mit der fackel jetzt in pulk von leuten rein weil du gehst ja du gehst ja einfach richtig dagegen du gehst ja jetzt du gehst ja dagegen vor ja du stehst jetzt nicht keine ahnung bewaffnet irgendwo und sagst du ich baller jeden weg der antisemit ist aber du hast gesagt okay rap szene ist erstmal weg ich rapp noch gerne aber die rap szene battle rap szene ist erstmal weg rap szene komplett nicht nur battle rap szene ja aber du battle rap szene ist ja ja genau ich rapp ja noch das ist halt kunstform ja das ist mein ausdruck hast du vor noch mal was raus zu tun ja über instagram bist du teil der rap szene wenn du öffentlich rappst bist du teil der rap szene bin ich nicht das ist so wie wenn du irgendwie keine ahnung tänzer bist und du irgendwie noch zu hause tanzt und vielleicht dann mal so ein video wie du zu hause tanzt raus ballerst über deinen instagram account dann bist du nicht teil der tango tanz szene nee das ist das ist ja das ist schon was anderes ich bin nicht teil der rap szene oder wenn mich leute so sehen wie du das denn jetzt sagst von mir aus aber ich sehe mich nicht mehr als teil der rap szene dadurch rap szene ist für mich halt wirklich wenn du wenn du auch mit den leuten verkehrst auch weißt du so und das tue ich ja gar nicht mehr eigentlich außer obwohl jetzt bin ich ja jetzt mit dir vielleicht hast du doch vielleicht hast du ja recht vielleicht bin ich ja doch irgendwie teil einer sub sub rap szene keine ahnung also sofern sofern ich da aber ich bringe jetzt heute habe ich gerade mein erstes spit am mittwoch rausgebracht das ist halt einfach so wenn ich bock habe irgendwie zu irgendwas mal 16 tag zu schreiben dann baller ich das halt raus bei instagram als teil der rap szene ich weiß nicht also ich sehe das zwar anders aber zumindest zumindest also ich habe mich zumindest von sag ich mal so tief wie ich involviert war in der rap szene verhältnis dazu bin ich outside auf der rap szene davon aus okay okay du sagst teil der rap szene nicht mehr was ist wenn ich jetzt zum beispiel weil nicht nur du bist manchmal romantisch was so dieses was so dieses verlangen anbetrifft nach dem motto warum setzt der sich nicht für mich ein pipapo ich bin auch romantisch aber im sinne von dass ich gänsehaut bekommen würde wenn es irgendwann mal wieder ein revival moment geben würde einfach dieses weil es ist halt so es ist es macht spaß unterbewusst vielen leuten und es ist auch einfach jemanden zu dämonisieren zu diffamieren und sagen der ist raus der ist raus obwohl man weiß ohne den ist die show nicht mehr dieselbe und das ist ja nun mal der fall und es wird immer mehr halt dass man sich dass man kommentare liest dass man hört so der war schon krass wäre schon geil wenn er wieder da wäre würdest du sagen die was würdest du sagen wie hoch ist die chance nicht im nächsten jahr nicht in fünf jahren irgendwann mal in deiner lebenszeit noch einmal sich auf die bühne zu stellen und zu sagen und dicker und deine floskeln daraus sauer und hat er diese geile anmoderation noch mal zu machen und diese berlin und dieses dicker als ob dir das nicht fehlt ja ich sag mal klar die bühne ist schon etwas was mir fehlen ja aber die szene halt nicht wie sehr lange auf dem er aber das ist lässt sich ja nicht ohne diese szene leben es lässt sich auch nicht ohne dass und die ganzen menschen da drin die halt das problem teil des oder teil des problems waren machen das bedeutet wenn ich mir das also um sowas zu machen müsste es wirklich ein umdenken geben dass man sagt hey hinterfragen mal diese denkmuster so wieso haben wir eigentlich oder viele von uns diese denkmuster im kopf und merken das nicht mal und behandeln dementsprechend dann halt auch jemanden mit einem doppelten standard und miss gönnt ihm brotkrümel und stellt sich aber vor dass es keine brotkrümel sind sondern irgendwie irgendwelche riesenbrocken und er sich einen swimmingpool in israel baut und goldbeeren goldbahn im keller lagert so wieso gibt es das in den in unseren köpfen a und b diejenigen die sagen eigentlich finde ich das halt auch nicht gut die aber mit achselzucken dahin da da rum sitzen und sagen ich weiß ich weiß nicht und ich mache ich denke mir das maximal aber ich ich bringe das nicht öffentlich zum ausdruck so mitläufer dann sind ja ich meine aber aber die reine vorstellung weil du bist jetzt mit abgetrifftet die reine vorstellung ja wenn das passieren ja würde das und auch noch das ja nicht das ist ja nicht es ist eigentlich es ist eigentlich aber das ist nicht möglich na dann aber ich meine warum sollte ich mich in einer szene bewegen ja aber scheiße auf die szene es geht ja darum also klar szene szene aber ich meine du sprichst mit dein ex ex team kollegen aus irgendwas was passiert nice leute es warte ganz kurz es entschuldigen sich ein paar leute und for the sake of rapper mittwoch weißt du was gebe in berlin tour abschluss einmal noch du gehst dahin du bist gebucht du bist bezahlt du bist gebucht kommst dahin machst dein ding und dicker und siebenhundert leute haben gänsehaut das ist das das entschuldigen sich ein paar leute das ist schon mal ein guter punkt gleichzeitig muss man aber trotzdem um das nachhaltig zu machen weil ich kann dadurch dass es halt wirklich strukturell in der szene existieren kann ich nicht durch so ein ding dann plötzlich so naht persil scheinen ausstellen und sagen okay jetzt haben uns alle lieb hast du das gefühl du bist ja rückfällig nö ich werde nicht rückfällig sondern ich finde dann würde ich würde dann ich würde sagen damit damit es nachhaltig ist und echt ist muss die szene halt wirklich diese probleme anerkennen und darüber nachdenken und sich fragen wieso das so ist und das dann halt auch die fanbase auch weißt du so wenn solche dinge gesagt oder irgendwo gehört werden dann müssen sie da ihre zivilcourage ihre eier finden und endlich halt einfach sich dementsprechend dann halt auch verhalten aber das nicht passieren wird ist das ist ja solange das nicht passieren wird das sagst du ja ich gehe an schulen ich rede mit jugendlichen das wird das sind die neuen das sind die neuen rap fans und die kommen hinterher zu mir die kommen hinterher zu mir und die sagen mir so ey danke dass du das machst weil das das immunisiert uns eventuell genau durch durch gegen solche denkstunden aber so viel zahlt das so gar nicht alle zu alle schulen abzubauen ja ja das ist richtig aber aber zumindest kann sich dadurch ja einfach einfach so eine art vielleicht opposition entwickeln innerhalb der fanbase die diese anderen fanbase dann eventuell halt auch wieder die stirn bieten kann und dadurch würden die diese mutigen rapper ja auch endlich wieder mal plötzlich merken okay jetzt können wir uns doch vielleicht mal öffentlich trauen zu sagen dass es so ist weil sie dann okay so groß ist da sind wir wieder bei der romantik ist eine geile vorstellung aber das ding ist ja du gehst an eine schule zum beispiel und machst da deine arbeit ne und ich war auch letzte woche oder verzeihbar war ich auch wieder an der schule und ich gehe ich rede mit keinem kind oder sag mal kind unter 18 ohne irgendwie ein bisschen was zu droppen nach dem motto auch nicht so ich mache nicht dies oder mache ich das hinterfragen ein bisschen was also ich würde immer irgendwie eine message mit geben und das aller ehren wert aber das ding ist du machst zehn du bist an zehn schulen machst dein bestes und die sagen so krass wusste ich gar nicht und so haben wir ganz auf dem schirm gehabt ein rapper macht einen song mit einer line wo jemand keine ahnung jüdisch aussieht und alles ist schon wieder ja ich weiß man das ist halt aber vor allen dingen klar so gar ganz bestimmte ganz bestimmte rapper mit irgendwelchen millionen follower eventuell natürlich die können natürlich das was ich in einem jahr arbeit mache eventuell mit mit einem song mit einer fanschlein machen klar aber ja so ist so was trotzdem man sich ja weil du kämpfst einfach gegen windmühlen alter das mag schon sein alter aber ich finde nicht zu kämpfen ist so aufgeben alter okay das ist eine nice herstellung weißt du so auf der anderen seite denke ich mir halt auch wenn es hier in kummer damit du mal verstehst in was für einer situation wir in deutschland schon sind jetzt lass mal rap szene ist nur ein spiegelbild der gesellschaft das was dort ist ist halt auch in der gesellschaft da und jetzt gebe ich dir mal ein beispiel guck mal meine frau holt letztens unsere tochter von der kita ab okay und sie hat unsere tochter am arm auf dem arm und es war gerade der unabhängigkeitstag israels gewesen weißt du so und es wird in der kita gefeiert weil es so jüdische kita ist so ein bisschen so was so jüdische hat so ein fähnchen bekommen so weißt du so ein kleines fähnchen wo ist das problem weißt du so nee was heißt scheiße ich meine nur scheiße ich weiß schon ungefähr was kommt guck mal ja aber warte mal sie geht sie läuft nur 40 meter eigentlich soll es nicht geben weißt du so sie läuft 40 meter nur zum auto und da haben so ein paar kids schulschluss so von so einer oberschule dort schräg um die ecke laufen so mehrere grüppchen an meiner an meiner frau samt zweieinhalb jenes baby kind mit mit fähnchen so laufen dran vorbei und spucken dir vor die füße und dann pfui israel i juden bla und ey guck mal das ist schon ein neues level wie wie wer wer spuckt denn mädchen vor die füße wie 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 jugendliche dicker zwischen 13 und 16 jahren spucken da zweijährigen vor die füße ne meiner frau oder brechreizgeräusche haben sie gemacht und und so die hat diese weiß blaue flagge meine tochter chillt so so fröhlich so weißt du wo meine frau will sie gerade ins auto legen und und sie laufen an der vorbei sehen das und machen brechreizgeräusche vor also spuckt für die füße ich meine brechreizgeräusche geräusche ich war nicht dabei ja genau ich war gerade in nrw auf aufklärungstour durch schulen jetzt überlegt mal ja währenddessen in berlin währenddessen in berlin brechreizgeräusche so und guck mal diese juden und schau mal diese israeler so und es sind so 13 bis 16 jährige jetzt überleg mal so wie mein buch seit meinem elften lebensjahr zwischen 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 kindern auf augenhöhe dieser gleichaltrig sind hier hast du die situation dass das kinder sind jugendliche oder knapp also gerade mal so jugendliche die das sogar einer erwachsenen frau mit kind auf dem arm gegenüber hauen weil die konditioniert sind auf diese flagge der konditioniert sind auf diese flagge einfach hass hass und denkmuster in ihren kopf haben verstehst du und teilweise gibt es diese sachen ja auch in der rap szene unter einigen rap kollegen und künstlern auch die große künstler sind wie du selber gesagt hast so und und das kommt da unten halt an so weißt du was ich meine und jetzt entweder ich kämpfe auch wenn es vielleicht nichts bringt und versuche zumindest bei mir in dem umfeld was mir möglich ist zu verändern oder eigentlich müsste ich bleiben mir und eigentlich gibt es nur drei optionen dieses kämpfen was ich mache oder abhauen oder 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 sich mit diesem damit arrangieren ich kann mich aber mit dieser option nicht möglich ganz normal weiterleben ist nicht möglich du siehst ja alter guck du siehst du siehst nicht ich höre es von dir halt es ist halt immer was anderes wenn du es hörst wenn es sich selber sieht weil ich kann zum beispiel ich kann das ja ja ich kann nicht glauben dass überhaupt irgendjemanden aber es passt einem kind vor die füße schmutz ja aber kannst du aber kannst du auch nicht glauben dass irgendjemand einer frau ihr kopftuch abreißt und sagt ex muslima warum kannst du das warum kannst du das glauben dass das existiert genauso und es existiert auf der seite halt auch was ist daran das ist das weißt du das ist ja das ist ja eine utopische welt das ist ja total naiv ja es gibt menschen sowieso ich scheuklappen ich gucke auch keine nachrichten und ich will ich will von nichts sobald ich sobald mich nichts betrifft ist super ignorant und so ich weiß das aber sobald mich nichts ich weiß zum beispiel nicht mal welche partei gerade ja das ist ja auch also so aber ich meine sobald mich das nicht betrifft oder meine mitmenschen so dann ist so und das ist nämlich immer wieder schockierend weil ich das halt ausblende weil ich will das nicht wissen dann schlafe ich schlecht alter und ich will ja wenn ich dann sowas höre ist halt krank und aber dicker das kann man sich halt ich kann mir das nicht ich kann mir das ich kann mir das weggucken und mich in eine filterblase stecken nicht leisten geht auch nicht weil du ja betroffen ich bin permanent davon betroffen seit seit meiner kindheit und jetzt guck mal mein erstes antisemitisches erlebnis hatte ich mit meinem besten freund damals mit elf so meine tochter die erstes antisemitisches erlebnis alter da war sie schon da war sie gerade mal zwei verstehst du die weiß gar nicht ja die weiß ja nicht mal ob sie da schwenkt ja also nicht aber auch ohne geschwenke guck mal meine frau wieder so eine situation war mit ihr auf dem spielplatz so eine mutter mit zwei anderen kindern so die kinder spielen mit meiner tochter irgendwann fragt die mutter wie heißt denn ihre tochter ist ja voll süß und meine frau sagt ihren namen so und dann fragt sie ist das ein arabischer name sagt nein ist ein israelischer name und dann nimmt die frau ihre zwei kinder weg und sagt die soll nicht mehr mit dir spielen verstehst du so ist leider unsere realität inzwischen hier so und 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 ich kann ich habe keinen bock dass meine tochter so aufwächst jetzt 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 ist vielleicht kann ich wirklich nichts dran ändern kann schon sein vielleicht kann ich auch nichts daran aber ich kann mein bestes geben weißt du und ich muss mich halt nicht ich muss mich wenigstens nicht mehr in meiner arbeit ich rede über antisemitismus auf meiner arbeit aber ich ich erlebe ihn nicht mehr so gegen mich ja wie ich es in dieser rap szene erlebt habe jetzt wahrscheinlich jetzt hast du ja wahrscheinlich so ein so eine schallmauer so ein bisschen durchbrochen dass du jetzt mit leuten zu tun hast die einfach ich bin mit ganz anderen menschen unterwegs genau ganz andere leute die sind die sind ein bisschen den den for the good cause die das so ein bisschen teilen dass diesen 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 weg dahin das irgendwie besser zu bekämpfen klügere vernünftigere gereflektiertere menschen so als sie vielleicht in der rap szene existieren und 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 ich ich weiß ich mache etwas etwas positives so weißt du und und ich kann halt auch sagen hey ich habe versucht dagegen etwas zu tun und ich bin auf der richtigen seite der geschichte gewesen das können die meisten in dieser rap szene leider nicht von sich dann am ende des ja weil es auch genau wie ich bin ja auch einer von die wandten stimmt gar nicht ich finde schon dass du dich bemüht ich finde jetzt gar nicht ich finde nicht aus meiner perspektive schon für dich scheint es nein für dich scheint es vielleicht so zu sein weil du einfach nur dein kompass folgst und das was du dein kompass folgst ist eigentlich schon auf die richtige seite der geschichte zu kommen weil zum beispiel mit einem cynik macht auge über das thema wie du da über rassismus und auch antisemitismus gesprochen hast hast du praktisch schon aufklärung betrieben und gemacht und jeder macht es ja auf seine art und weise weißt du was ich meine so deine art und weise kommt ja klar das kommt dir deshalb nicht so vor weil du einfach nur deinem ganz normalen moralischen kompass folgst und die dinge begreifst und einfach auch einfach ein reflektierter und smarter typ bist ja und ich habe zum beispiel gar nicht diese ich habe gar nicht diese alltäglichen erlebnisse und so pipapo also oder wenn das ist so klein dass nicht erwähnenswert ist aber ich denke mir halt so ich sehe ich war sehe halt sowas was im battle passiert da droppt einer das n-word da sagt einer juden pack und ich sehe die kommentare und mich also mich triggert halt dummheit und deswegen wenn da jetzt einer hinschreiben würde eins und eins ist drei da würde ich vielleicht auch eine folge über mathematik machen weißt du aber mich triggert halt diese unfassbare dummheit dass ich sage ohne spaß da mache ich jetzt den klug scheiße so und versuch wenigstens ein paar zu erreichen so und wenn er genau und genau genau eigentlich was eigentlich was denn nichts anderes so kämpf gegen windmühlen ich kämpfe ja nicht so am ende schon weil ja aber ich finde es trotzdem gut mit weiter mit dem feuerzeug nicht mehr ja du machst aber komm mal es wird es wird immer leute geben die dann wieder ja ja die blöde die idioten wachsen kannst du nicht ja ja verstehst du es gibt auch sich die vermehren sich ja und es gibt auch welche die du hast wirklich gut erklärt und irgendwie auch es ist ja identisch wie ich das auch zum ausdruck bringe mehr oder weniger so und trotzdem gibt es leute die es trotzdem immer noch nicht checken weißt du was ich meine und aber trotzdem du hast für viele andere hast du es doch ich habe auch eine coole nachricht bekommen nach dem motto okay so habe ich das noch nicht gesehen ich bin nicht ganz der und der meinung aber jetzt weiß ich wie man da theoretisch so und so geht es mir auch jedes mal ich bin auf diesen schulen und die kommen und mir schreiben richtig viele und sagen danke dass du da warst ich fange an die dinge anders zu sehen was ich halt vor allen dingen auch mache ist mir geht es nicht nur irgendwie um antisemitismus sondern ich versuche halt auch in die richtung die die kids zu sensibilisieren guck mal da ich gerne eine schule in hessen in in nrw und da sagt die lehrerin zu mir wenn ich meine kids hier frage was die werden wollen das ist die erste antwort millionär die zweite antwort rapper und die dritte antwort influencer keiner sagt was vernünftiges mehr und dann aber gibt es noch diejenigen die sagen gangster rapper und was musste werden um gangster rapper zu werden muss ja gangster werden wo machst du sein abitur dann im knast weißt du so straßenabitur bruder genau und dann ja und dann sage ich so ey nimmt das was diese rapper davon sich geben hört das okay aber hört das mit einem filter so übertragt das nicht auf euer leben das ist halt auch noch so ein nebeneffekt wenn ich über antisemitismus spreche ähm und diese verschwörungstheorien decke alter wie weil hast du selber erzählt wie weit ist denn das in dieser rap szene verbreitet das ist doch irre flache erde flache erde chemtrails bla was ich habe gehört die pyramiden die sind alle so in einer richtung aufgebaut dass wenn du am nordpol bist da ist so ein ort den hat noch nie jemand ja genau genau hohle erde hohle erde ja das auch weißt du so das sind halt so viele sachen die sind so weit verbreitet so und das ist nicht ungefährlich alter wenn wenn die jugendlichen dann halt auch social medias macht macht des grauens ich habe letztes mal einmal ganz kurz ich habe ich habe ein interview gehabt bei so einem format corner hieß das habe ich was gegessen und ein paar fragen gestellt und habe dann im nebensatz einfach nur so gesagt was ich dass mir leute schreiben so ey der und der hat auf dein battle reagiert und ich so wie der hat auf reagiert ja der und der der ist der deutschlands größte streamer und ich meinte dann halt so ja juck mich nicht der ist nicht verwacht wer ist das und dann hat der das gepostet und ich habe eine stunde lang war immer plus 99 und nur nigger schwarz sklave hals maul wenn du den noch einmal desbamst alles so durch und ich habe einen screenshot gemacht und den da gepostet und meinte so okay danke an die habe den verlinkt die typ den typ und einfach nur so nach dem motto dicker was sind das für fans hat er dann eine stunde wieder rausgenommen aber ich bin in meinem ich habe schon so viele battles gehabt aber ich habe noch nie so viele beleidigungen in einem stück bekommen und ich habe dann mal dann hast dann bekommst du das erste mal mit was social media für eine 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 macht haben kann so ist eine dumme macht weil du weißt ganz ich habe mir teilweise das angeguckt da war ein zwölfjähriges mädchen dabei die gar nicht weiß was ein nigger ist die so die folgen einfach das ist social media das ist zum thema social media ist es macht kann wird oft in die falsche richtung benutzt und heutzutage ist youtube fernsehen aber wir waren doch alle mal zwölf verstehst du das hat andere zeiten ja aber ich meine doch keine methusalems aber andere aber ich will damit sagen leute die so eine hohle scheiße gab es aber nicht sollte leute die so etwas sagen kinder komme ich lerne auch auch kids kennen alter ich sind oft so dann weißt du auch ey viele von denen sind eigentlich das sind eigentlich auch so sehr noch so gute seelen weißt du so jedes jedes kind was auf die welt kommt ist eine gute seelen genau genau und und wenn die sowas aber auch im internet von sich geben auch wegen dieser anonymität ist halt ein thema aber das andere thema ist halt auch irgendwo müssen sie diese diese sprache ja her haben weißt du so entweder familie richtig und da ist halt das ding so weißt du so und da muss man halt auch ganz klar äh zumindest ich meine du bist jemand mit öffentlichkeit weißt du so du tust was gutes ja im endeffekt doch ich mal entertaine alter ja aber nicht nur du entertainst mit und hast trotzdem einen moralischen kompass dabei äh was ist mit diesen ganzen rappern die viel viel mächtiger sind als du die machen entertainment ohne diesen moralischen kompass aber die haben nicht reden können alter nein was heißt nicht reden sie haben weil die auch vielleicht auch keinen haben die haben doch ihre texte man die wissen noch ganz genau die wissen noch ganz genau dicker dass das was die verbreiten wird von 13 bis 17 jährigen kids gehört so und wenn ich hab rapper gefragt alter würdest du deine mucke deinen kindern zeigen ey bist du bescheuert oder was ne dann frage ich ey wieso zeigst du das also wieso ist dir das egal an kinder anderer eltern sind dir egal und wenn ich den kids dann sage ey ohne witz hand aufs herz alter ihr seid einigen dieser rapper die ihr so geil findet ihr seid den scheiß egal weil sonst würden sie ja wenigstens ihren moralischen kompass mal ab und zu rausholen und den halt auch irgendwie zum ausdruck weißt du und diese kids sagen selber selber ohne witzig ich frag die ab was für einem alter würdet ihr sagen ist das ist das unbedenklich was ihr so hört oder würdet ihr eure eigenen kinder das hören lassen ja ich sag so ey dann seid doch konsistent aber hört den scheiß hört den shit ist okay aber hört es ne konsistent halt dass du das was du selber sagst auch dem danach handelst ok konsistent verstehst du so also nicht irgendwie weich sondern weißt du so dass du dass du halt eine klare haltung auch hast so die halt auch dem entspricht wie das was du wie du dich selber benimmst zu dem wie das was du denkst ok so und und das ist erstaunlich die haben dann ihr alle ihren moralischen kompass und haben und sagen okay ich hör mir das jetzt aber wenigstens mit einem filter an und übertragen mir das nicht auf mein eigenes leben das gilt halt auch für antisemitismus oder für rassismus oder eben für drogenverherrlichung oder eben für frauenverachtung oder eben für homophobie und 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 weißt du alles was es so gibt in der rap szene finde ich auf jeden fall geil weil das ding ist ich war halt wie schon gesagt auch vor zwei wochen an so einer schule und die haben halt dann so oberflächliche battle rap fragen gehabt und so wollten dann wissen ja kennst du den kennst du den womit verdienst du dein geld das war die erste frage womit verdiene ich mein geld habe bin ich aber auch finde ich aber auch geil die frage weil ich bin selber so interessiert daran wer verdient was was der wohl dafür bekommt deswegen konnte ich es nachvollziehen und habe dann aber auch habe mich aber auch selber auf meine eigene antwort gefreut weil es weil ich halt nicht gesagt habe ich bin rapper sondern ich habe gesagt guck mal ich habe einen youtube kanal der gerade gut läuft ich schreibe texte für comedians ich mache selber stand-up comedy ich habe bis vor kurzem noch gearbeitet das muss ich zum glück nicht mehr kann aber sein dass ich das wieder muss also denen so viel von latz geknallt nach dem motto dass die nicht einfach sich zufrieden geben einfach nur dieses plakative rapper haben geld ist nicht so so ist einfach nicht so ist halt hier wie sagt man das nochmal das ist halt so ein bisschen genau das ist halt einfach das ist die leute was die kids halt sehen in den videoclips und die dann mit geleasten autos und gucci taschen voller leasing verträge aber was ich mir noch notiert hatte ist ich meine antisemitismus kommt ja quasi bei jedem ding durch sag mir mal ganz kurz du warst bei diesem einigkeit und rap und hast nicht geschehen genau da warst du und das kam mir auch übelst so ein bisschen gestaged vor oder so ein bisschen dachte mir okay irgendwas stimmt da nicht alter du bist da und redest halt wie du hier geredet hast nur ein bisschen angestachelt durch diesen durch den typen da weil der auch so so keine ahnung so gepolt ist halt und dann kommt eine woche später oder ein paar tage später kommt dieses ding mit dem der skandal mit dem isis shirt ne und da denke ich mir so eins von eins ist zwei der ist aus dem studio raus hat dem gesagt hör mal zu hubi oder wie der heißt äh letztes mal habe ich da okay das ist jetzt schon wieder ein bisschen voll die verschwörungstheorie ja ja klar 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 unglaublich aber besser als nach der erde auf jeden fall ja aber es ist mir ein bisschen widersprüchlich weil du halt vorher gesagt hast du verfolgst keine battles aber vielleicht ist dir zugetragen worden aber hast du irgendwas damit zu tun mit diesem mit dieser plötzlichen entdeckung von dem isis shirt ey ich mir wurde das auf jeden fall zugetragen ich habe bevor das groß wurde ja ich habe überhaupt gar keine ahnung aber ich dachte das ist ein fake im video ja okay ich dachte das macht jemand war so ein standbild oder was video haben wir das video jemand nein nein jemand hat mir so ein screenshot geschickt ich dachte das ist doch ein fake ja das war wirklich komisch alter ich dachte das ist und die kommen voller erklärungsnöte und die müssen da so ein äh ich dachte das hat jemand reingefotoshoppt ja ne der war einfach auch so auf der bühne und das ding ist ja ich konnte es eigentlich nicht glauben dieses zeichen ist ja ja kein hakenkreuz deswegen also keiner hat es erstmal auf dem schirm hättest du das gesehen hättest du das auf dem schirm gehabt auf jeden fall ja auf jeden fall okay krass weil sonst auf jeden fall man ey ja ja aber keiner ist auf dem schirm warum auch pff ein gian, ein tierster, ein piet oder so wer ist denn da oben der ich glaube das kennenlöste ich glaube auf der bühne mir wäre es glaube ich auch auf jeden fall auf der bühne aufgefallen okay glaube ich das heißt du hast das schon vorher vorher oft gesehen das das symbol ja ey wenn man aufgeklärter nachrichtenschauender mensch ist äh bin ich nicht der halt auch den Werdegang von jemandem verfolgt der mal beim ersten meine eine Hezbollah-Fahne gehisst hat so desodog der dann später zum IS gegangen ist und halt auch mal da so guckt was er da so gemacht hat und davon also mir war diese Fahne auf jeden fall geläufig auf der bühne glaube ich schon dass es mir aufgefallen wäre ähm aber ich kann schon verstehen wenn es auf der bühne den einen oder anderen nicht aufgefallen ist einfach wegen der Hektik und der Action und der ganzen weißt du so da ist so viele Eindrücke ich glaube mir wäre das schon aufgefallen aber wo ich mich gefragt habe und das ist ja deswegen war ich so deswegen war ich so ja verwundert so weil deswegen glaubte ich eigentlich dass es halt ein Fake ist weil halt irgendwie im Pay-Per-View war es halt wohl die ganze Zeit zu sehen hat keiner gemerkt hat keiner gecheckt und das habe ich halt das habe ich halt nicht gecheckt wo ich halt einfach auch weiß dass es im Rapper-Mittwoch-Team halt jemanden gibt der definitiv diese Fahne gekannt hat so einfach weil aber es kann auch sein dass es untergeht ich weiß es nicht also mir wäre das aufgefallen das wollte ich halt persönlich das sind jetzt auch keine ich meine du kannst dir ja vorstellen ich habe jetzt glaube ich aber ich dachte es sei ein Fake und ich weiß ganz genau nur jetzt um das ganz wichtig klarzustellen ich weiß ganz genau dass wenn die es gewusst hätten wenn die es gecheckt hätten hätten die was gemacht so dann hätten sie was gemacht und das da will ich auf gar keinen Fall dass die Leute irgendwie glauben dass die damit was zu tun hatten weißt du so weil das ist ja völlig absurd ja aber ich glaube es ist gut wenn man vielleicht durch diesen Vorfall jetzt Awareness hat erlernen können so ja und mit mir hat das gar nichts zu tun ich war halt eine Woche vorher bei das war wieder so ein Timing wo man sich denkt so willst du mich verarschen da sitzt da eine Woche später sagt dieser selbe Hubertus sagt dann auf einmal so und jetzt habe ich hier ein Isles-Shirt entdeckt ja aber das Ding war ja wohl irgendwie und guck mal genauso wie mir ein Fan mir das zugeschickt hat wird er das vielleicht auch anderen zugeschickt haben ich bin ja kein investigativer Journalist aber es hat so schön gepasst ja du siehst vom Leder eine Woche später so da ist ein Isles-Shirt denkst du so das war der Juni ja es passt halt einfach so gut es passt halt einfach so gut aber um langsam auch mal Leute haben sogar gesagt ich hätte diesen Typen da er ist überragend pass auf hör zu aber seine Erklärung fand ich halt auch wieder interessant der fand es lustig nee nicht er hat doch gesagt irgendwie das sei irgendwie eine Art Kunst auch künstlerisch hat er versucht hat er so versucht zu verkaufen ja habe ich ich habe das so gehört nach dem Motto dass der sich dachte der findet das lustig nee der hat doch angeblich hat er gesagt der hat doch da so ein Statement dazu verfasst angeblich so also habe ich ja gelesen er nannte das irgendwie eine Bäusche Aktion irgend so ein intellektuelles Wort alter weißt du so er meinte so das sei irgendwie eine Art Kritik an der Rap Szene aber was ich halt auch nicht verstehe weil wenn du etwas anziehst dann machst du dich damit gemein naja es ist so keine Kritik es ist gar keine Kritik deswegen hat er da auf jeden Fall keine Ahnung versucht sich rauszureden ich glaube das war so sein Versuch ich weiß nicht ich weiß nicht aber ich glaube es gibt auch trotzdem das weiß ich auch das habe ich auch mitgekriegt ich habe ja ein paar Leute gesehen die dann so irgendwelche Storys gemacht haben die nach dem Instagram Storys gemacht haben die dann halt gesagt haben ey was regen sich die Leute auf über diese Fahne die bedeuten doch ich habe ja aber das ist ja dieselben zwölfjährigen Mädchen vielleicht nee 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 Rapper achso ja Rapper da sage ich ja halt auch es gibt in der Rap Szene halt auch durchaus Leute mit einem gewissen Sympathie oder eine Art Verständnis für diese Form oder da reicht ja auch schon ausbleitende Antipathie ist ja genauso schlimm ja finde ich genauso schlimm ja also habe ich halt auch gesehen und dann dachte ich mir hm aber die also muss ich also ich weiß ganz genau deswegen also ganz wichtig die Jungs haben definitiv A nichts davon gewusst wohl und sicherlich nichts damit zu tun ja sehr schön so was mir obwohl ich jetzt beim Rassismus äh Dings schon mal angesprochen habe obwohl das die eine Folge wurde von YouTube so nicht für alle Werbetreibenden kennst ja diese diese scheiß gelbe Dollar Button da dann wird es ja auch direkt an Views begrenzt mir ist nochmal wichtig zu sagen also guck mal Jarambo hat in Hamburg gebattelt ne hat vorher zweimal von mir kassiert kommt dahin hat wieder einen schwarzen Gegner steht mit dir und Freshness auf der Bühne hat das N-Bomb gesagt hat das N-Bomb gedroppt und du äh die Leute sind so blöd weil wir es gemutet haben checken sie nicht dass ich konsistent reagiert habe schon immer bei der Artikel konsequent konsequent und konsistent aber das ist halt wirklich so ey ohne Spaß du stehst da versichst das Gesicht machst dein Bestes als 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 neutraler versucht neutraler weil wenn jemand so ein Fauxpas gebe geht kannst du bist noch neutral hast du sogar Thierster noch gefragt und selbst der meinte so ja der hat ein Talent die Leute gegen sich aufzubringen und dann verchokt der noch seinen Text im Freestyle und du machst dann direkt natürlich den hier weil gerecht so und die checken und dann schreiben die echt noch ja bei N-Wort macht der so aber wie viele Lines sind denn schon gegen Mecca gekommen die verstehen halt nicht dieses Ding mit diesem plakativen Rassismus äh Nazi-Lingo Nazi-Jargon ist ein Unterschied zu einer rassistischen Punchline und genau dasselbe ist ja mit dem MyT-Mo-Ding gewesen man will sich nochmal aufkochen aber mir ist es mir persönlich äh wir haben es ja vorher nicht abgesprochen wir haben es vorher jetzt fünf Minuten gesehen vor dem Ding und ich gehe ja nicht mit dir die ganzen Punkte durch aber mir ist es halt wichtig dass die Leute halt checken äh Ben Salomo hat 70, 80 Judenlines pro Jahr kassiert bevor ich dann die Cypher gegangen bin habe ich mir zu Hause Judenlines aufgeschrieben für den Freestyle hab ich ich konnte leider nicht gegen dich freestylen aber ich habe sowas gehabt wie äh äh keine Ahnung nach dem Motto äh vom Sinn her sowas wie äh wenn du jetzt gut kochen kannst kriegst du dann Judenstern ne wegen Sternekoch so sowas hab ich mir vorher ausgedacht weißt du weil Dicker du bist Jude der eine ist ein Asiate der andere ist schwarz du gehst in die äh Rap Battle mit äh den plakativsten Sachen um ganz schnell Lacher zu erzeugen so aber ich hab nicht geguckt was reimt sich auf Judenschweine so weißt du das ist ein Unterschied das ist ein Unterschied ne Unterschied zwischen einer rassistischen Punchline und und eine Wortschöpfung oder ein Wort was nur so auch ohne Kontext eine Menschengruppe pauschal entwertet und so nur im Nazi oder Rassisten Rassistenjargon zu vorn sind plus es gibt halt auch einfach und das hab ich dir auch gesagt als du Aracinic Macht Auge gemacht hast ähm es gibt auch einen Unterschied zwischen weil die Leute sagen dann halt äh du hast gegen Mekka gesagt ey es ist ein Unterschied zwischen Blasphemie und Rassismus du hast auch Klagemauerleins ohne Ende genau und Blasphemie Alter ist eine Errungenschaft am Ende des Tages unserer äh aufgeklärten westlichen Welt ja ja Leute sind auf dem Scheiterhaufen äh verbrannt äh weil sie für das Recht äh weißt du für Blasphemie gekämpft haben und äh wir wollen doch auch nicht in einem Gottesstaat leben so wollen in einem säkularen Staat leben und das ist halt dann auch und Rap ist auch kein Gottesstaat so und daher äh finde ich muss man da halt auch ganz klar die Unterschiede machen und die qualitativen Unterschiede halt auch benennen aber mir ist halt mir ist halt wichtig einfach diese diese und wer wer das jetzt gerade die letzten zwei Minuten nicht verstanden hat bitte deabonnieren ne lasst nochmal einen letzten Hirnfurz ruhig hier unten aber bitte deabonnieren wenn ihr das nicht verstehen könnt deabonnieren und weiter irgendwas anderes hören so zum Schluss ähm hab ich noch eine Frage und zwar ähm wenn du die Zeit zurückdrehen könntest was würdest du vielleicht anders machen das ist eine schwere Frage voll das ist eine super schwere Frage auf jeden Fall weil du weißt ja nicht wo genau gehst du hin mit der knowledge die du heute hast das Ding ist das ist super schwer weil ähm würdest du sagen du hast auch Fehler gemacht ey jeder Mensch macht Fehler nobody is perfect alter ja ich sag ja auch am Anfang ich hab definitiv äh das mit meinem Wissen und Gewissen das gemacht wie ich so gut wie ich es konnte okay aber jetzt ohne Ausflüchte komm mir nicht mit nach dem Motto ich hab dir einen Fehler gemacht dass ich den falschen Leuten vertraut hab sondern aber du hast auf jeden Fall in den Mund der Punkt ist du hast aber auf jeden Fall auch Fehler gemacht wo du dachtest oh scheiße Alter okay das hätt ich anders machen können ich hab ich ey jeder jeder Mensch macht Fehler und vor allen Dingen Fehler sind ja halt auch so eine Sache ähm die sind auch dem geschuldet du weißt ja nicht wie es weiter geht so weißt du so wenn du hinterher wenn du weißt okay das hat dahin geführt dahin geführt dann weißt du okay doch das war ein Fehler so das heißt ähm aber es gibt eine Sache die die ich nicht ändern kann und egal was ich gemacht hätte und das ist die Sache die mir den Spaß an der Sache verdorben hat so und das sind genau aber damit beantwortest du aber nicht meine Frage hast du aber einen Fehler den du gemacht hast wo du sagst Jika Jonny okay der hab ich verkackt Alter das ist mein Fehler und nicht nach dem Motto äh ich hab auf den gehofft der hat mich enttäuscht sondern einfach ein Fehler ein Fehler den ich gemacht habe ich hab sicherlich viele Fehler gemacht da hättest du mir diese Frage vorher 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 sagen sollen so dann hätte ich mir vielleicht so konkret welche welche überlegen können so ich würde sagen auf jeden Fall war ein Fehler dass ich dass ich ähm kein BWL gelernt habe so weil dann hätte ich ist kein Fehler doch ist ein Fehler weil dann hätte ich ja aber so wischiwaschi Fehler ich will einen richtigen Fehler hören nein dann hör zu weil hätte ich diesen Fehler nicht gemacht oder nicht mal studiert lass mal studiert dass ich mehr Kenntnisse über BWL gehabt hätte ja dann hätte ich vielleicht ähm so vieles mit den mit den also wirtschaftlich vielleicht besser machen können oder so weil ich halt einfach mehr Überblick hätte weißt du so weil du dann halt einfach irgendwie nicht Verträge abgeschlossen hättest mit einem Sponsor erst im Sommer weißt du so und dann aber schon im Winter sozusagen die neue Saison planen müsstest das machte die Sache halt total schwierig aber so richtig umsetzbar aber so richtig da willst du nicht was heißt Personalentscheidung da war ich vielleicht fies da habe ich vielleicht jemanden keine Ahnung äh ein bisschen zu wenig gegeben da habe ich vielleicht äh war ich ein bisschen zu hart da war ich so ja dicker das ist ist auch eine schwere Frage das ist eine mega schwere Frage weil es halt auch so ähm es gibt unterschiedliche Individuen weißt du so und das muss man halt auch immer im gesamten Kontext und auch in der gesamten Gruppendynamik betrachten und das ist halt einfach ich glaube ich glaube in der komplexen Situation die in der ich steckte in dieser Branche die ist es sehr komplex auch ja so und ähm halt auch mit meiner Rolle mit dem Background den ich hatte glaube ich ist es unmöglich keine Fehler zu machen und es gibt halt auch es ist halt auch unmöglich so dass die Leute es einem nicht extra schwer machen wie wir ja gesehen haben weißt du so äh ich überlege mal du stehst die ganze Zeit genau unter diesem Druck und unter dieser doppelstandardmäßigen Beobachtung ähm unter der ich stand weißt du was ich meine das heißt du hast halt auch Leute die nur darauf warten oder irgendwie sowieso dich irgendwie anders betrachten die Bock drauf haben ja und daher ähm würde ich sagen ey nobody's perfect so und du hast Fehler gemacht aber die fallen dir jetzt nicht ein ey ich hab dir gerade ein paar genannt auf jeden Fall die mir geholfen hätten bessere Entscheidungen zu treffen ja aber das ist so das was ich meinte mit so ein bisschen wischi waschi so pass auf gibt es einen Fehler von dem du glaubst dass ich ihn gemacht habe boah ähm das Ding ist ich hab ja auch ich hab ja ich hab ja 360 Grad Storys ich hab deine ich hab die von dem Teammitglied von dem Rapper so und ich muss ja für mich rausfiltern wer ist glaubwürdig wer sagt das aus dem Grund wer hat die Vorgeschichte was ist dein Ansinnen so ähm ich glaube aber das ist auch eine vage vage Vermutung dann aber ich glaube ähm man hätte vielleicht was das Thema Geld betrifft ähm ein bisschen ein bisschen mehr gönnerhafter ähm agieren können und lieber äh ein bisschen weniger mehr ein bisschen weniger Sicherheit aber ähm für den Teamgedanken für das Team für das Wohlfühlen des Teams auch wenn dir dann ein bisschen was fehlt oder wenn du nicht so safe planen kannst ist das vielleicht diese Dynamik im Team vielleicht ein bisschen wichtiger als diese finanzielle Sicherheit ganz vage also aus der Perspektive im Nachhinein wo man dann weiß am Ende war im Sommer dann doch der Sponsor da ne ist es einfach ist es einfach genau aber äh in der Situation wo du dann jetzt stehst und sagst ey die Saison kostet um die zu überstehen brauchst du mindestens auf jeden Fall Sponsoring-Geld von 30.000 Euro um die zu überstehen um die überhaupt zu schaffen jetzt brauchst du nicht vorrechnen das war nur das war nur ne ne nur du dass man begreift also und 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 wenn du das nicht hast dass du dass du weißt es ist da ja so dann hast du auch gar nicht dieses natürlich nicht verstehst du nur der Moment ich glaube ich wäre so der Moment wenn es da ist wäre ich selber so vielleicht auch ein bisschen dumm vielleicht ein bisschen überschwänglich nach dem Motto wird schon irgendwie kommen wird schon werden wird schon irgendwie kommen wir haben einen geilen Start weißt du was hier geben so Abschluss abschließend das weiß man nicht Alter abschließend ähm ohne die Worte Hetze bitte ohne die Worte Hetze ohne die Worte Antisemitismus ohne die Worte Rassismus äh was möchtest du denn weil wenn ich selber ähm also ich hab jetzt mit dir das Interview geführt was ich mir selber als Fan übels gewünscht hätte so nach dem Motto ey kann der jetzt auch endlich mal was sagen und nicht bei Lanz und nicht hier und da sondern auf unserer in unserem Kosmos in unserer Sprache reden äh was möchtest du dem deutschen Battle Rap Hörer noch sagen Cynic macht Auge gucken ernsthaft bitte ernsthaft bitte was möchtest du sagen ähm mehr Awareness ich wünsche mir mehr Awareness in der Rap Szene insgesamt musst du auf Deutsch machen weil mehr 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 kritisches hinterfragen mehr mehr Selbstreflexion ähm ja und mehr ja mehr ja wieder mehr moralischer Kompass auf jeden Fall das würde ich mir insgesamt eigentlich für unsere Gesellschaft und einfach das Verständnis nach dem Motto okay Dicker das eine sind Punchlines und das andere sind so genau also das ist halt auch etwas was wiederum von voll vielen nicht verstanden worden ist äh 75 äh 95% meiner Negativerfahrungen äh die am Ende des Tages mir die Lust und den und guck mal du weißt weißt du so genau ich hab ich brannte ich brannte warum weil das meine Leidenschaft war das heißt damit man mir die Leidenschaft fickt so da muss ja schon wirklich viel passieren und das passierte nicht wirklich auf diesen 5% auf der Bühne sondern das passierte bei den 95% hinter den Kulissen und hinter der Bühne so weißt du und ey ich find ohne Spaß ich will dich gar nicht unterbrechen ich mach's aber trotzdem weil ich finde ein Video braucht kein Happy End und ich find auch man kann auch mal mit einer negativen Konnotation ne gar nicht ich find es gibt auf jeden Fall ein Happy End Alter ich hab mein Buch geschrieben ich hab mir Luft verschafft ich hab ohne es zu wissen durch dieses Buch einfach auch neue Türen geöffnet weißt du mit Schulen mit Universitäten Alter wo ich hingehe weißt du so irgendwelchen Talkrunden wo ich eingeladen werde weißt du so und ich kann daran arbeiten zumindest in einem gewissen Teil der Gesellschaft das vielleicht besser zu machen weil wirklich die Rap-Szene ist nur ein Spiegelbild der Gesellschaft Alter so das Problem ist liegt eigentlich in der Gesellschaft all das was ich erlebt habe diese Denkmuster die existieren nicht weil die Rap-Szene existiert die existieren in der Gesellschaft man muss es in der Gesellschaft versuchen ein wenig zurückzudrängen dann wird es halt auch schon hoffentlich in der Rap-Szene dazu kommen dann beenden wir das Ganze mit pathetischen Worten auch so einmal ich bedanke dir vielmals Alter vielen Dank fürs Zuschauen und nehmt ihr die 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 Vielen Dank.